herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena es ist immer noch mal ein gleicher hangar wie gestern der wird auch bestimmt ein bisschen länger bleiben weil bis die ihren erfolg mit der waffe haben er wäre eigentlich der nächste aber mit dem mancher nicht so viel schaden und spiele ich auch nicht ganz oft sagen wir spielen wettbewerb viel spaß ok ich muss sagen es geht los da kriege ich ja wieder nicht mit artillerie spielen so ein mist ist Uhhh Okay. Ha, hab ich dich noch erwischt. Den aber nicht. Ah. Die dumme Sau mit dem Strahl. Na ja, das war auch die Kamikaze gerade, ne, von mir. Uh, muss auch was sein. Können ich die ein und einmal alle Kamikaze spüren. Juhu. Er ist ohne. Geht an uns. Jetzt nehm ich ihn hier mal. Zack, zack, zack. Er ist ohne. Na ja, einer vorbei. Uh. Ich habe mich beschossen. Da ist die Wand. Uh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht schlecht aus wie ohne Films. Ein Assistent bin ich. Hm. Wach. Hat man mich doch noch erwischt. Jetzt komme ich doch zur Artillerie. Weg ohne Artillerie startet. Gut. Da bin ich mal gespannt, was ich damit treffen soll. Ich muss immer auf die oberen Chiefs gehen. Ich muss immer auf die oberen Chiefs gehen. aus der Artillerie starten. Uh, ich habe hier noch reinkommen. Gut. Er schießt auf mich. Ja, zweiter Köhl. Ja, 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 ja. Ich dachte, ich schaffe das noch. Aber nee, ich bin zu leid zu haben. Okay, dann geht es jetzt hier mal. So, schnell, zack. Und... Aber wenn es leer schießen... So, doch mal gar nicht so schlecht. Es geht gleich weiter. Ja, mit den einen, den einen Mech. Genau. Ich glaube, Slinchot. Oh, ein paar Queste fertig. Erster, bester Spieler. Nein, nur eine zweite, aber besser als ich. Da gehe ich noch. Okay, dann mal, let's go, nächste Runde. Viel Spaß. Die nächste Runde geht los. Freu, freu, freu. Dann schauen wir mal. Wir spielen mit Slinchot, war das als nächstes? Slinchot? One, go. Let's get things started. Fire. 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 Ah. 3 assis das ist gut die bräuchte nur assis assis der nächste ist da 1 2 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 12 12 15 15 16 15 15 15 16 20 Prozent war für die Feier hübschen das Haus schon ein paar mal ausgeschaltet immer wieder Na ja, klar! So, der nächste! Oh! Wieder Attile legen! Attis! Juh! Zwei! Doppelkel! Okay... Oh, dies war nicht! Schal! Ach ja... Nee... 3... 2... 1... Äh... Ah, verloren! Ach, knapp! Aua, aua, aua! Hatte knapp gemacht! Das krumme ich jetzt an! Gut! Die Runde war wohl nichts! Nicht wirklich! Nicht schön! Boah, war ich schlecht! 5... Ah, ich war mit auf den dritten Platz! Ich würde sagen, ich war dritter! Ach! Ja, ich war dritter! Gut! Warte jetzt! Nächste Runde! Viel Spaß! Okay! Die nächste Runde! German Gun! Ist mein Gegenspieler! Aber warum? Boah! Kranzgeprägt! Oh! Nice! Was gleich doppelkühlt oder nicht? Ja! Zack! Der weg! Und... Hab ich ihn erwischt? Ja! Ja! Hab ich ihn erwischt? Ja! Oh! Da kann ich ihn einfach abhauen! Nachladen! Boom! Haha! Ich hab meinem Mitspieler den Kranz gegeben! Na! Geh vorbei! Und weg ist er! Einfach nur hinten stehen! Stehen! Einfach schießen! Und... Ey! Du bist zu nah! Du bist zu klein! Ah! Da war ne Wand! Ich hab's durch den... Quellen nicht gesehen, die Wand! Quellen nicht gesehen, die Wand! Ich hab's durch den... Ich nachladen! Und? Ah! Riegel mal! Die Wand haben schon was! Sehr schön gewonnen! Sehr schön die Wand! Sehr schön die Wand! Die Wand sind gegen den... Verstecken! Nachladen! Und... Das strahltern. Der nervt! Und wiederverstecken! Nachladen! Und weitergehen! Verstecken, nachladen und weitergehen. Schattel. Das war eine sehr schöne letzte Runde gewesen. Oh, ich habe auch den sehr schönen letzten Platz gemacht. Ah, nur eine Kölnmüter. Ich brauche doch zwei. Na ja, egal. Dann spiele ich gleich noch mal irgendeine andere Runde. Aber für dieses Video war es das. Denn ich habe schon drei Spiele gemacht und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Video dabei seid. Bis dann, mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann, mit euch. Vielen Dank.